und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten video vor der kamera vom paintball einsteiger wie schon bei facebook angekündigt habe ich ein gewinnspiel vorbereitet mit meinem kooperationspartner paintballparts ak sebastian und damit ich keinen ärger bekomme blende ich um dauerwerbesendung ein nur um auf nummer sicher zu gehen was kann man gewinnen das ist die große frage zuerst kann man gewinnen ein planet eclipse schlüsseband mit einem flaschenöffner finde ich sehr wichtig als zweites kann man gewinnen ein mikrofasertuch von exhort und als drittes ein headband von bunker kings in der farbe black mace ihr werdet euch fragen was muss ich machen zuallererst abonniert meinen kanal zweitens kommentiert unter dem video was eure nächste anschaffung sein wird oder was ihr denkt demnächst kaufen zu wollen drittens was auch optional jetzt ist aber bleibt uns auf facebook einmal meine seite paintball einsteiger und die seite von paintball parts ich schreibe es auch noch mal in die beschreibung rein damit ihr es einfacher finden werdet und bis wie lange geht das gewinnspiel 14 tage also müsste es stand heute wenn ich es schaffe pünktlich hochzuladen der 21 sechste sein und dann wird das video geschlossen bzw die kommentarfunktion und ich werde es dann raus wählen raus losen mal gucken wer die glücksfee sein wird und dann hoffen wir dass wir drei mögliche gewinner haben ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wünsche euch viel erfolg beim gewinnspiel und man trifft sich was richtig bist du 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 Untertitelung des ZDF, 2020